Hey Leute, hier ist Aldemar mit Fallout 4 Survival. Ich wollte das eigentlich ohnehörig machen, aber scheiß drauf. Wir wollen erstmal, ja, Sachen kaufen. Verkaufen mal ganz kurz, das geht wirklich schnell. Diesmal, ich hab die Sachen geholt, dann können wir die hier reinwerfen. Bourbon, Buffout, Kram, wir machen hier gerade noch ein bisschen was leer. Leuchten, der Pilz müssen wir behalten. Red Away, schmutziges Wasser, Stimpaks, Blablut, Wein, weg. So, wir wollten verkaufen, Vorkriegsgeld kann auch weg. Wir haben hier folgendes. Unterkleidung, tonnenweise Rüstungen. Wir fangen unten an, damit wir nicht unsere Sachen verkaufen. So. Oh, Geld, 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 Geld. So. Und wie viel? 12.000. Schön. Dann gehen wir jetzt mal zu Waffen und, guck mal, den brauchen wir nicht. Nein. Und kaufen uns... Wo hab ich die alle gekauft? Hier sind sie doch. Transmittergranaten, 30 Stück. Haben wir noch irgendwas? Ähm... Stimpaks. Brauchen wir immer. Ich hab nichts gegessen, ne? Ist mir eingefallen. Komm, wir nehmen mal Plasmamunition mit. So. Uh. Uh. 21.000. Und sind Transmittergranaten. Das wollte ich haben. So. Jetzt müssen wir noch mal kurz in die Kantine und kaufen uns was zu essen. Ich glaub, wir sind drogenabhängig, weil wir uns... Wir sind... Ach ja. Sagst du das jedes Mal? Ah. Lebensmittelpakete. Und Flaschenwasser. Flaschenwasser. Äh... Annehmen. Sehr gut. Essen. Nö, 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 nö. Das reicht aber nicht. Aber immerhin. Okay. Addyktol. Hab ich eins. Da. Hervorragend. Fehlendes Wasser. Schön. Ja. Haben wir eben alles verkauft. Jetzt haben wir wieder Wasser. Tada. Perfekt. Okay. Speichern. Ja, das können wir. So. Und Karte. Äh. Und was machen wir denn jetzt? Die Burg. Was hat die denn? Energie 200. Grey Garden. Egal. Das machen wir jetzt nicht. Politische Neigung. Sprich mit Bürgermeister. Äh, Bürgermeister. Meister McDonut. Machen wir das. Wir reisen dafür ins Hangman's Alley. Markierungen mal wegmachen. So, und Hangman's Alley. Los geht's. Wir gucken mal, ob die Sieg noch irgendwas braucht. Dann gehen wir nach Diamond City und plaudern mal ein wenig. Wir waren lang nicht mehr da. Ich könnte mal die Homeplate kaufen. Dann könnte ich mich mal dahin hin teleportieren. Oh, das ist doch ne Idee. Okay. Machen wir das eigentlich nicht. Jetzt hab ich mich vollgesabbert, weil ich gerade Kaffee trinke und, äh, habe schnell getrunken. Es läuft mir gerade den Bart runter. Aber ist egal. Wir spielen erstmal. Ähm. Bäh, das muss ich mal sauber machen hier. Ist alles da. Betten, Leute. Mhm. Schutzchen 30. Wasser 20. 21. Alles in Ordnung. Die wachsen irgendwie nicht. Na. Eine weitere Siedlung braucht unsere Hilfe. Mich schon gewundert, warum wir keine Quests bekommen haben. Da war das Radio die ganze Zeit. Oh, was haben wir denn hier? Ein paar Flaschen. Da müssen wir lang. Wir haben 999 Schuss, also da drüber irgendwas. Lass mal nachladen. Ich glaube, ich bleib auf Vollautowaffen, ja? Ich weiß gar nicht, was ich mit nicht-vollautomatischen Waffen machen soll. Ich habe das hier als Zielfernrohr, ja? Okay. Das reiht ja eigentlich schon fast. Es sei denn, ich mach hier so ein großes Zielfernrohr dran. Das würde eher mehr bringen. Ey, was ist das denn für eine Kuh? Irgendein Händler. Ich glaube, ich mach das hier auch auf Vollautow. Vollautow. Weil das hat gegen die Bruderschaft zum Beispiel auch nichts gebracht. Ich glaube, mit Vollautow können wir hier mit mehr anrichten. Guck mal, wer ist das denn da? Ogenbot, ja. Da, guck mal. Quicket, du bist schon echt krank. Die ist auch so mega dürr. Könnte ein modernes Model sein, so dürr wie die ist. Auf gut Glück, Knarre. Beim Kugel explodieren, beim Einschlagen und richten 15 Punkte Flächenschaden an. Das ist, äh, eine ziemlich krasse Waffe. Kostet nicht viel. Kaufen wir uns. Äh, die wollte ich sowieso mal... Ah, Splittermin und Splittergranaten. Holen wir uns auch. Haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen wollen? Wir haben Synthgranaten, grünes Tuch, Cram, Dennyäpfel, eingelegtes Fleisch. Ähm, Lego ein bisschen behalten wir. Habe ich irgendwie 5mm Patronen oder so? Da, drei Stück. Flamer Fuel, weg damit. Und, äh, annehmen. So, alles klar. Das sind ziemlich coole Waffen. Man, wir haben jetzt so viele automatische Waffen. Ich weiß gar nicht, was ich damit alles machen soll. Ich könnte diese explodierenden Dinger... Ich könnte das eigentlich... Wäre das eine supergute, äh, Begleiterwaffe. Die ist bestimmt so krass. Ich glaube... Ich würde aber schon Preston eher so eine Plasma-Kanone geben. Ja, das wäre irgendwie cooler. Oder wir geben ihm halt, äh, Ballern und Beten. Ja. Pray and spray. Spray and pray. Pray, äh, mayor. Da lang. Mhm, 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 mhm. Also, hiermit würde ich niemals fahren wollen. Ja, das ist doch sowas von ein Scheiß-Fahrstuhl. Wir bauen hier keine Leiter hoch oder so. Keine Ahnung. Oder so ein Weg nach oben. Bürgermeister McDonnells. Da ist er. Mit einer Wache. Donner. Ayo? Wer war denn? Äh. Sie wissen, warum ich hier bin. Also kommen wir zur Sache. Das gefällt mir. Ja, als Bürgermeister habe ich schließlich wenig Zeit. Ich habe gehört, dass die Minutemen wieder da sind. Für mich sind sie nur eine Art schlagkräftige Bürgerwehr. Aber sie sind bei den Leuten beliebt. Darum sollten wir sie im Auge behalten. Die Einzelheiten stehen in meinem Bericht. Und noch ein paar weitere Dinge. Hier ist er. Niemand darf ihn zu Gesicht kriegen. Vernichte ihn lieber, bevor er in die falschen Hände gerät. Bericht. Okay. Wenn er in der Public Occurrences abgedruckt würde, wäre das schlecht. Verstanden. Sehr witzig. Du findest ja sicher alleine raus. Gute Reise. Na. Justin, are you? Okay. Das haben wir auch abgeschlossen. Was haben wir denn sonst noch zu tun? Keine Sorge. Ich will noch die ganzen Dingensquests machen. Aber ich wollte erstmal hier ein bisschen beschaffen. Eine Gewebeprobe. Bringen Samen zu Roga Warwick. Samen. Dahin. Äh. Die Siedlung haben wir noch gar nicht. Damit können wir aber einfach von der Burg dahin schwimmen. Uns fehlt noch Spectacular Island. Äh. Wollte ich hier noch was kaufen? Ich habe leider nichts dabei zum Eintauschen. Deswegen eher nicht. Ich wollte nochmal ein bisschen rumgleiten und quasi, ähm, 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 Schrott aufkaufen. Aber wir haben eigentlich genug Schrott. Nein, wir haben nie genug Schrott. So, dann bringen wir die erstmal weg, die Quest. Mann, ich bin aber auch flott. Ich will gar nicht flott sein. Ja, ich will mir eigentlich Zeit lassen. Aber wir haben noch genug Quests. Keine Sorge. Wir haben noch drei DLCs, die wir spielen können. Drei. Exakt. Ja? Keine Sorge. Und zwei davon gehen lang. Ich will nur mal gerade hier die Institutsdinge halt wenigstens mal spielen. Ob wir wissen, was wir alles noch so machen können noch. Ist ja alles wieder gespawnt. Jetzt gibt's ja nicht. War ich hier noch gar nicht? Niemand darf Büro- und Tensilien ohne meine Erlaubnis besitzen. Sie werden konfisziert. Und auf Fehler untersucht. Jetzt müssen wir schon wieder... Du bist auch so eine Müllaufbau... Was das ich meine. Ja, hier war ich schon. Ich habe den Bericht aus Diamond City. Gut, dann gib mal her. Ich melde mich, wenn du den nächsten Bericht holen sollst. Das wäre alles. Willst du mir für meine Hilfe keine Belohnung anbieten? Ich dachte, Vater hätte dich geholt, damit du uns aus freien Stücken hilfst und nicht als Söldner. Das war wohl ein Irrtum. Wenn ich deine Loyalität kaufen muss, dann ist es eben so. Was anderes bleibt mir kaum übrig. Hier, nimm. Du kannst damit sicher mehr anfangen als ich. Naja, wie schon gesagt. Ich lasse dich wissen, wenn der nächste Bericht fertig ist. Hervorragend. Okay. Dann nach Good Warwick. Auf geht's. Wir können auch mal bei den Atomcats vorbeigucken. Die haben auch eine Quest für uns, für Good Warwick. Need help on the ground? Through the workshop, create Minutemen, able to follow you elsewhere. Everywhere. And thus assist you in all your missions. Ach, ich muss endlich mal eine Folge für die Minutemen bauen. Es ist ein bisschen dunkel hier. Komm, wir warten mal gerade. Oder wird es gerade hell? Weiß ich gar nicht. Wir gehen erst mal schlafen. Denn es wurde ja verarbeitet. Mann, es sind immer noch die falschen Anzüge. Leider. Was soll das? Entschuldigung. Steh mal auf gerade. Ich will schlafen gehen. Wir sind immer... Ich hab hier noch nicht weiter gebaut. So. Ja. Brauchen wir einfach ein bisschen warten. Dann ist Tag. Tag. So. Ah. Okay, brauchen wir Essen und so? Nee, eigentlich gerade nicht, ne? Versorger. Wer hat den denn angezogen? War ich das? Kann sein, ne? Cool. Guck mal. Schon ein cooler Versorger. Good Warwick ist da vorne. Da schwimmen wir jetzt mal hin. Obwohl... Ach komm, wir laufen. Da hin. Pass auf, wir laufen da jetzt hin. Es ist schneller, wenn ich da langlaufe. Wenn wir hier lang gehen. Guck mal, das sind auch die Atomcats. Da gehen wir hin. Gehen wir hier rum. Und dann haben wir ein bisschen was zu tun. Ich herze ein bisschen. Das ärgert mich. Dann können wir wieder ein bisschen laufen. Und ein bisschen abknallen im Ödland. Ja, klingt das gut? Ich denke auch. Geht bestimmt ein paar Folgen, bis wir da sind. So. Ein bisschen Bloodleaf. Wir können auch bei den Atomcats vielleicht noch mal ein bisschen was zu essen kaufen. Hier hab ich jetzt wieder vergessen. Ah, es sind vergessen. Ach, scheiß auf die Bloodleaf-Blätter. Können wir einen Minutemen mitnehmen? Sehr gut. Tutarka ist nicht nachgeladen. Oh, 10mm Munition müssen wir mal herstellen. Ich hab jetzt gar nicht geguckt, ob die Splittermin fertig gebaut wurden, die wir im Auftrag gegeben haben. Da ist ein Raider und Deathclaws. Hey, es hat Punkte gegeben. Oh, bist du verkrüppelt? Diese Waffe ist super, um Tiere zu töten, um zu verkrüppeln. Dann wechseln wir mal direkt. Ah! Guck mal, ein Zombie-Destclaw. Yeah! Ich muss mal viel mehr Wots benutzen wieder. Hm, brauchen wir da ein bisschen die Mad Men. Ein Siedler. Die hatten sie wohl dabei als Geisel. Noch mehr tote Siedler. Ich glaub, die nehmen gar keine Geiseln. Sind das Fliegen? Das sind Fliegen an der Leiche. Nee, tatsächlich. Seit wann gibt's Fliegen an Leichen? Nee, tatsächlich. Hey, das ist neu. Das hab ich noch nie mitbekommen. Wär geil, wenn die vergammeln würden, ja? Das wär eher geil. Die verwesen. Ja, anstatt, dass die irgendwann verschwinden, dass die langsam verwesen. Böööö. Man, ja, das wär ja mal geil, oder? Hm, abgefahrene Scheiße. Komm, wir gehen mal grad hier gucken, was das ist. Weil ich meine, dass eventuell die Karawane hier irgendwo war. Ich kann mich aber auch täuschen. Da ist dieser Horsch-Posten. Nee, gehen wir mal hier runter. Also die, die, ähm, die DLC für die Roboter. Weil ich krieg den Wegpunkt nicht angezeigt. Aber ich will erstmal ein bisschen was anderes machen, bevor ich das machen. Als würdest du jetzt mal eine Aufnahme abbrechen. Und ich bin grad im Flow. Macht grad Laune. Da bricht man das nicht ab. Da ist Dingens. Da waren wir schon. Jamaica Plains. Jamaica. Jamaica. Plains. Da ist die Universität. Da will ich eigentlich nicht rein. Da kann uns noch mal eine Quest hinführen. Das ist auch möglich. Ich will noch ein... Warte mal. Gibt's doch irgendwo einen Jungen im Kühlschrank, glaub ich. Warte mal, war das nicht hier? Da hab ich mich erschrocken. Hab ich dich zufällig gefunden. Ach, guck mal. Jetzt sind das Sins, die das, äh... Ding sind. Lustig. Hm. Ist da jemand? Ich kann nicht hören. Komm mich aus diesem Ding raus. Ist jemand da drin? Wer ist da? Lass mich hier raus. Wer bist du? Ich heiße Billy. Bitte. Ich sitz hier schon so lange fest. Warum bist du da drin? Ich habe mich hier vor den Bomben versteckt. Aber auf der Innenseite ist kein Griff. Und hier drin ist es echt dunkel. Wie lange ist denn... Das mit den Bomben ist 200 Jahre her. So alt bist du? Ich weiß nicht, wie lange ich hier schon drin bin. Ziemlich lange jedenfalls. Eine Ewigkeit. Bitte. Ich will nicht hier drin sterben. Okay, okay. Ich lass dich raus. Bitte, ja. Ich sitz hier schon eine Ewigkeit fest. Beeil dich. Schieß die Tür auf. Ich will... Oh Mann, ey. Meine Beine sind so steif. Alles sieht so anders aus. Ich war wohl eine halbe... Ist das grell? Ich habe die Sonne so lange nicht gesehen. Alter. Der Junge im Kühlschrank. Hey, Billy. Alles klar. Was hat Nina Jones gemacht? Hey, Billy. Vielen Dank. Ich kann dir gar nicht genug danken. Wie bist du überhaupt im Kühlschrank gelandet? Das ist so lange her. Das war noch, bevor alles zerstört wurde. Als die Sirenen heulten, habe ich einen sicheren Ort gesucht. Als um mich herum alles zu wackeln anfing und einstürzte, bin ich reingekrochen. Und als es dann wieder still wurde, wollte ich die Tür öffnen. Aber sie hatte innen keinen Griff. Ich will nur nach Hause. Kannst du mir helfen? Bitte? Ich sagte das nicht gern, aber... Deine Eltern... Leben wahrscheinlich nicht mehr. Tod? Denkst du wirklich? Dann bin ich ganz allein. Wer kümmert sich denn jetzt um mich? Du? Ey, cool. Wir können ihn mitnehmen. Wir können ihn auch zu seinen Eltern bringen. Äh... Du kannst mit mir kommen. Die Welt sehen. Oder was davon übrig ist. Heißt das, ich soll nicht mehr nach meinen Eltern suchen? Ah, wie cool ist das denn? Ja, das denke ich. Ja. Nein, du solltest deine Eltern suchen. Ach ja, komm, wir sind so nett. Wir können aber auch behalten. Nein. Du solltest deine Eltern suchen. Dann lass uns nach Quincy gehen. Ich muss wissen, was aus meinen Eltern geworden ist. Quincy! Wo lang müssen wir denn da? Ach, egal. Kannst du jetzt mal mitkommen. Kommt der mit? Sehr gut. Wir müssen zu Atomkets und dann hinten ist Krieg. Komm, wir gehen mal auf der Straße gucken, was hier los ist. Hübsch hier, guck mal. Hübsch hier, guck mal. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö hier. Ne, nur da. Nippon-Z-Park. Ach, da ist der Vault. Da gehen wir mal noch hin. Ho, ho, ho. Na, seid ihr alle verkrüppelt? Das tut mir leid. Das hätte ich mal früher machen sollen. Träbe ich den nicht? Wo ist der Junge eigentlich? Tote Meierlöcks sind ganz tot. Ja, schön. Keine Ahnung, wo der Junge ist. Egal. Okay, was haben wir denn hier, Feines? Mal gucken. Aber erstmal abspeichern, Leute. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Da ist er noch. Hallo, Billy Boy. Okay, bis dahin. Haut rein, Leute. Tschö. Musik